das spiel danke das spiel sagt ich soll runter nett dass hier überall leben steht mit waffenenergie wäre mir lieber gewesen aber ich nehme alles zu diesem zeitpunkt ich bin nicht mehr so wählerisch habe ich jetzt schon alle mir fehlt einer wo ist der oh mein gott wirklich hat denn irgendwer gesehen ich hab grad echt keinen nerv zu suchen wahrscheinlich hier unter so einem gegner werden ja die idee mit auf dem weg hier hin ist glaube ich auch nicht so unschlecht weil hier ist wirklich gar nichts ich bin einfach an auf dem punkt angekommen wo ich dann durch die städte durch will ich fight nichts mehr in den stages fuck das macht keinen sinn das ist schon der boss welcher baby praktikant hatten die stage gemacht was hallo 2 jogger was ist das was ist das was ist das only the only thing that can save the future of the reploids 1080p what are you talking about IT IS MY B que Coffee it is my beauty to believe my master my master was punished because of me and implied he let I believe that this is why I will do what I have to do, even if it means my life. Ted Lloyd, I know you can understand. You know what you should do right now. I understand what you mean, but it's my duty. I will do my duty and stop talking, because this dialogue is way too fucking long. Mhm. Ich hab's geworfen. What? Hä? How are you supposed to hit this fucker? Ähm. Achso, klar, und du füllst einfach was? Ähm. Ähm. Wat? Okay. Ich hab da so ne Idee. What the? What the? What the? Aha, 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 ja cool. Ähm, du stehst an der Wand, ne, ne, kann ich an ihm hochklettern, ne, äh, ja, ist, ähm, interessant. Für die Level bedeuten gar nichts, die Level sind einfach nur... Ja, das Problem ist halt, du müsstest ihn von der Wand wegbekommen, um ihn zu treffen. Das ist natürlich interessant. Ähm, how? Er ist nicht tanky wie Sau, du kannst ihn nur nicht gescheit treffen. Das ist ein Unterschied. Ich kann die zwei Steine nicht attacken. Die zwei Steine bekommen keinen Schaden. Hast du hier? Stein is like, ne. Ich meine, ich kann ihn... Kein Ernst. Oh, this is the fucking... Ne, ne, ne. Ja, dude. Wie viel Movement soll ich denn haben? What the fuck? Ready? Das ist das erste Mal, seit langem, dass mir ein Spiel richtig an die Substanz geht. Also wirklich richtig. Ich musste gerade tief durchatmen, weil mich das Ding hier echt aufregt gerade. Alter. Mach die Animation doch noch länger, Alter. Wie soll ich dem Ding ausweichen, Spiel? Ne. Okay. Ich hätte gerne bitte ein Tutorial zum Movement oder so, weil irgendwas hast du mir nicht erklärt, Spiel. Nice, dude. Nice. Genau das ist das, was... Fuck you. Okay. 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 Ich verstehe, wie es funktioniert. Fühl mich. Was wir sagen. Das ist, die Dinger sind so tanky. Das ist, die Dinger sind so tanky. Ah, ich finde es einfach gut, dass die Steiner 4000 Hits aushalten, bevor die überhaupt mal ansonsten kaputt gehen. Zupo. Oh, das ist so ein dämlicher Half-Jump. Oh, Duty-Steuerung. Töte mich da bitte einfach. I'm so fucking done. With this game. Es ist unglaublich. Dude, this is the fucking badass. Das ist das erste Mal, dass ich hoffe, dass das Spiel einfach keine Re-Files hat, weil die Boss-Files... Das ist auch... Nee. Eigentlich sind mir Re-Files egal, weil das ist der erste dumme Boss. Das ist halt dumm, wenn er das macht. Das ist literally der erste richtig dämliche Boss. Natürlich ist die Arena viel zu klein. Was hast du denn erwartet? Was Leute nachgedacht haben, als sie dieses Spiel designt haben? Ich glaub nicht. Weil das ist einfach nur Bullshit. Das ist schlicht Bullshit. Und ich mag ein bisschen Bullshit in meinen Games. Ja, mit so ein bisschen... Es gibt so die Art von Bullshit, womit man spielen kann. Also, wo du quasi drum herum spielen kannst. Und es gibt die Art von Bullshit, die einfach nur Bullshit ist. Und das hier ist nur Bullshit. Wer liebt das nicht kalten Bullshit zum Frühstück? Das ist halt echt absurd. Ich wollte einfach wissen, wie trashig ist es. Fun Fact, der Boss steht nicht genau mittig, das heißt, ich kann diesen Raketen nicht gescheit ausweichen. Ich wollte es nur mal anmerken. Zu früh. Ne, passt. Warten. Bächen. Hier hoch. Da rüber. Ne, hat er vorhergesehen, wo es hingeht? Okay. Na. Nice. Rockets. Natürlich aus beiden Löchern, obwohl der eine grüne Stein tot ist. Oh Gott, das ist so nervig. Dude, was ist dieses Muster? Und was war deine Nachbarung? Der schlimmste Boss in Megaman? Ach ja, also diese Turtle war echt geil. Die war, oh dude, da habe ich mir, während des Bossfights, habe ich mir dreimal einen runter geholt. So geil fand ich den Fall. How are you supposed to do this shit? How? Fucking how? Rainy, Turtloid, Bossfight. This is stupid. Ja, der macht das mit X. Ich will es nicht mit... Ne, der macht es mit Zero. Ich will es mit fucking X. Wait, 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 wait. Da ist er. Es gibt bestimmt irgendeine Secret Spread. Mal wieder. Weißt du wie... Was? Was? Wait a second. Wait, wait, wait. I have to show you this. Was? Was? Das ist der Bossfight. Und wenn der als erster Kommentar drunter steht. When the boss is more fun than the stage itself. Wo ist der Boss fun? Was? Spielen die ein anderes Spiel als ich? Wtf? Achso, das ist die Strat. Du benutzt den Saber. Ja, und muss dächen. Aha. Und das ist alles, ja? Ja, der wird ja auch gehittet. Oh, das ist so ein Pixel genauer, der echt lukatisch ist. Ja, er frisst auch einfach der Mensch. Er benutzt nicht mal seine Schwäche. Er macht einfach nur Saber. Okay, cool. Gut, dass wir darüber geredet haben. Saber ist also die Antwort auf alles. Das ist halt gut zu wissen. Also sabern wir eine Runde. Als ob das funktioniert. Nie im Leben. Vielleicht war der so ein Kommentar sarkastisch. Weiß ich nicht. Maybe? Wenn du es richtig timest, triffst du beide gleichzeitig. Das ist das Bescheuertste, wenn das hier passiert. Du willst mich verarschen, oder? Auかな eh? Ja. Du eigentlich nicht erst. Du. Es� Sack! was und natürlich sind drei natürlich sind rein zufällig die kristalle wieder gespawnt hallo ich hab den basta ausgewählt ja klar wirklich oh mein gott alter das ist ist das geil ich kann mich kaum zurückhalten alter sorry das war mein ständer der von unten in den tisch geknallt ist ist einfach zu geil ja Das war's für heute. Hauptsache du hast deinen Spaß, ich verurtele dich nicht. Das ist really bad, gell? Oh, jetzt habe ich übrigens klasse GA freigeschaltet. Sagt mir mein Steam-Inch, ich bin gespannt, ob mir das Spiel sagt, was ich mit GA machen kann. Wie kann ich einen guten Hunter-Rank haben? Wait, die blaue... okay, okay, okay. Dein Hunter-Rank hat nichts, absolut gar nichts mit Skill zu tun. Der Hunter-Rank wird daran gemessen, wie viele blaue Kugeln du hast. What? You fucking... what? Dein... was? Okay. Okay. Alles gut. Kann nur besser werden. Der nächste Boss-Order ist Metal-Shark-Player. Who the fuck is Metal-Shark-Player? Oh, das ist Metal-Shark. Aber ich habe irgendwelche Parts bekommen. Oh, hier, kann ich das anlegen? Kann ich das anlegen? Ich habe keine Ahnung, wofür die hier sind. Dude, wenn du die nicht rescues, sterben die einfach. Guck mal auf Nummer 15. Der ist straight tot. Da hilft auch kein Retten mehr. Ich würde mal sagen, good luck 100% in this game. Das ist ridiculous. Die sind straight tot. Holy shit. Das ist crazy. Das ist absolut crazy. Ich habe irgendein Buster-Upgrade bekommen. Warum heißt der Metal-Shark-Player? Warum heißt der nicht nur Metal-Shark? Okay, was habe ich hier für ein Buster-Upgrade? Okay. Achso, da ist ich jetzt beim. Oh, cool. X, X War das gerade ein kleiner Mee-Tool? Ich komme da hoch, fick dich mehr Die wollen mich aus dem Mech raus haben Das finde ich nicht okay Du kannst mit den Dingern nicht in der Luft dashen? Nope, you can't Cool Ich weiß nicht mehr, wie ich aus dem Ding rauskomme Was? Oh, so kommt sie da raus Hm Ich mag den neuen Laser irgendwie Dude, guck mal, wo hier noch Wand ist Habt ihr das gerade gesehen? Look at this shit Du musst halt nicht nur ein bisschen über der Wand sein Du musst extrem viel über der Wand sein Aha Ich habe mich nicht geduckt Weil der Blaster mich hat aufstehen lassen Das hat mich getötet Danke Aber dagegen springen kann ich, ja? Das ist nicht wörtlich Ich kann jetzt meinen Blaster nicht mehr aufladen Hm Weird Nein, ist das spannend Das ist Wenigstens retten wir ein paar Leute Oh, dein Ernst Die Brüllschutzstage sind back Ist das fun Das ist so stupid Ich weiß noch nicht, ob mir dieser neue Laser mehr gefällt oder weniger gefällt als der andere Ich bin mir unsicher Ich bin mir unsicher Wir haben gelernt Barten Weil Brüche Bescheuert Was ist hier? Links? Okay Er ist wahrscheinlich genauso kacke, nur anders kacke Maybe links oder rechts? Links Also solange du den Kram hier nicht zerstörst Ist das ganz angenehm Ich mein, das kann ich zerstörst Ne, kann ich nicht Ich weiß auch nicht, wie der nicht stirbt Damn, der ist piercing Der geht durch alles durch Das ist ja interessant Okay Da ist so ein Mini-Ding Okay Dass das hier nicht Hintergrund ist Ist absurd Also ich will nicht sagen, die Stage ist langweilig, aber Dein fucking Ich will mir hier alle auf der Achso, du kannst ja nicht mal da lang Du musst da lang Bis zum nächsten Mal Okay Bis zum nächsten Mal Il